Hallo, ich heiße Jadwiga Magdalena Kupis, ich bin aus Polen. Ich arbeite seit zwei Jahren bei der Firma Heinemann am Flughafen in Wien. Ich wollte mich immer im Verkaufsarbeiten, mit der Kosmetik zu tun haben, mit den Leuten. Das hat mir immer Spaß gemacht. Und als ich gelesen habe, dass die Heinemann zu einer Mitarbeiterin sucht im Bereich Perfumerie, dann habe ich mich natürlich beworben. Natürlich, weil ich Beauty Consulting bin, dann muss ich mich auch für den Job gut vorbereiten. Das bedeutet, dass alle Produkte da sind, dass alle Tester da sind, dass alles in Ordnung ist. Es gibt so viele tolle Dufte, da kann ich gar nicht sagen, welcher der beste ist. Also dann können Sie probieren. Jede Dufte entsteht aus drei Noten. Die erste Note, was Sie zuerst riechen, ist die Topfnote. Die besteht aus sehr leichten Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel beim Parisien ist die Rosa drinnen. Da merkt man sofort, dass eine Kundin sucht nach etwas Bestimmtes oder will einfach etwas Neues probieren. Da kommt man, da stellt man natürlich zuerst die Fragen. Was will sie genau, was wollte sie mal, ob sie etwas Neues probieren will. Also hat mich seit Anfang, seit dem ersten Tag sehr gefallen. Die alle waren sehr freundlich. Also auch die Mitarbeiter, die Kollegen, auch im Büro, die Manager, also die waren alle sehr nett. Und ich habe mich seit dem ersten Tag voll gefühlt. Es ist einfach eine ganz andere Atmosphäre am Flughafen in Wien. Da weiß jeder, der am Flughafen arbeitet. Es ist einfach anders als in der Stadt. Wir haben so verschiedene Kunden, verschiedene Nationen. Und manchmal, die kommen sehr oft, also die sind unsere Stammkunde, die kommen sehr oft zu uns. Und die wollten wieder so eine tolle Beratung haben. Und das ist wirklich toll. Das ist das Beste in diesem Job. Das ist das Beste in diesem Job.